So jetzt, wir machen eine spezielle Tour, Geokasche suchen, in Bangkok. Was steht die Kompass? Jetzt ist er gerade von da nach da gesprungen, aber, warte mal, 11 Meter. Jetzt hast du hier zum Beispiel, Schatz, wo such denn mein Schatz? Achso, ist da. Das ist der Kirsch. Ja? Der war jetzt da drin, magnetisch, ne? Magnetisch. Wo hat er gesessen? Oh. Der ist da drin. Ja, und dann? Zack, und jetzt? Was muss man machen? Jetzt macht man den normalerweise. Ich will Bescheid sagen. Schatzi, wo bist du denn? Hat er gemacht. Ja. Ah. Erst haben wir sie falsch gelernt, so. Und jetzt, äh, Österreich war das letzte Mal. Am ersten, dritten war, wann war das? Ostrien. Ja. Und jetzt ist das Logbuch. Ah, Logbuch. Logbuch. Ja. Ganz viele Geokascher waren da und haben sich eingetragen. Was muss man schreiben? Sein Nickname. Sein Nickname. Achso, von euch, ja? Warte mal, vielleicht haben wir ihn irgendwo. Ah. Ja, ja. Hier ist es bei. Von euch alle drei oder nur ein? Nur wir beide. Ah, okay. Ich mach das nicht. Ich bin nur dabei. Ja, interessant. Zwei Meter, sagt er jetzt. So eine kleine Abweichung hast du immer, ne? Ah, es gibt noch andere? Ne, so ein bisschen Abweichung. Ah, okay. Also da wird nie Null stehen oder dass du genau da bist, ne? Ja, ja, ja. Heute haben wir den? Heute haben wir den? Ähm, neunter. Neunter. Neunter Januar. Ja. Ah, dein Nickname jetzt? Nickname N. Thomas Nickname. Ah. Und Datum. Ah, okay. Dann kannst du den dann am neunten gelobt haben. Schön. Ja, meine Frau sucht immer länger und ich finde immer schneller. Ja. Dann läuft sich alles wieder aus. Schön. Profi. Jetzt eingetragen. Wieder gleiche? Gleiche Ort. Gleiche Ort, ja? Ah, okay. Und Finish. Ja. Und fertig. Und die Leute? Logbuch heute Abend, Internet. Ja, ja. Auf geocaching.com. Aha. Cache suchen und dann sagen, ich habe gefunden, super Versteck und dann fertig. Okay. Gut, gut. Damit die nächsten den auch wieder finden. Genau. Das ist für die neu. Okay. Ja, ja. Dann ich biete die Tour. Ja, die Geocache. Es gibt solche Düschen, es gibt solche Düschen, es gibt riesen Dosen. Ja, ja. Also hier ist die Universität, ja? Ja. Eine älteste Universität in Thailand. Tamasat Universität. Ja. Danke, y'all.